Herzlich Willkommen bei den Heisinger Ultras zum Spieltag 3 der C-Jugend des Heisinger SVs in der Saison 23-24. Und los geht's! Beginnen wir mit der Heisinger SV 2 Mannschaft der C-Jugend gegen die Spielvereinigung Steele 3. Das Spiel ging 0-4 für uns aus. Das haben wir eigentlich Silveurin über die Zeit gebracht. Keine Zeitung in der Gefahr, dass Steele uns hätte schlagen können. Das Ganze beginnt in der siebten Minute mit dem 0-1 durch die Nummer 10 von Joel. In der 24. Minute das 0-2 auch von der Nummer 10 von Joel. Und in der 27. Minute der Hattrick zum 0-3 wieder die Nummer 10 von Joel. Leider stimmt die Folie jetzt hier gerade nicht. Aber in der zweiten Halbzeit kam es auch nur zu einem weiteren Tor in der 41. Minute zum 0-4. Spieler war die Nummer 13, Torschütze Timo. Die zweite Halbzeit haben wir eigentlich so weiter dominiert und damit das Spiel mit 0-4 gewonnen. Kommen wir nun zur ersten Mannschaft der C-Jugend. Heisinger SV 1 zu Gast bei Fortuna Bredenei, zweite Mannschaft. Ja, das Spiel war ein reiner Torsägen. Es ging 0-17 für unsere Mannschaft aus, beginnend in der zweiten Minute schon durch die Nummer 17. In der zehnten Minute zum 2-0 durch die Nummer 9. Dann in der elften Minute denke ich mal das 0-3 durch die Nummer 22. Fünf Minuten später in der 15. Minute zum 0-4 durch die Nummer 6. In der 22. Minute durch die Nummer 10 zum 0-5 zu 0. In der 30. Minute durch die Nummer 7 zum 0-6 zu 0. Und dann in der 34. Minute durch die Nummer 10 zum 0-7. Das war erstmal der Halbzeitstand. Ja, in der zweiten Halbzeit ging es munter weiter. Es war mit dem 0-7 noch lange die Schluss. Und zwar in der 36. Minute mit dem 0-8 durch die Nummer 10. 42. Minute 0-9 durch die Nummer 10. 48. Minute das 0-10 durch die Nummer 19. In der 49. Minute das 0-11 durch die Nummer 13. 50. Minute 0-12 durch die Nummer 7. 51. Minute 0-13 durch die Nummer 13. 55. Minute 0-14 durch die Nummer 13. Das war es auch schon mit der kurzen Zusammenfassung des dritten Spieltags der Heisinger SVC-Jugend. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns. Glück auf! Bis zum nächsten Mal.